Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich glaube, es wäre mal ganz gut darüber zu sprechen, was Gegenstandsmacht, Heilig und Vermacht bedeutet und vor allen Dingen, ab welchem Level ihr diese Items benutzen könnt und auch finden könnt. Gerade bei Heilig und Vermacht gibt es zwei Level, die erreicht werden müssen, um die beim Händler kaufen zu können und vor allen Dingen auch mit Obolussen rollen zu können. Vermachte Items, ihr kennt das, das sind die Items mit diesem blauen Schimmer. Die gibt es auf Weltstufe 4, ab Level 60. Das heißt, das Mindestlevel für Vermachte Items ist Level 60 und Vermachte Items haben auch die höchste Gegenstandsmacht. Es gibt auch Heilige Items mit 800 Gegenstandsmacht und höher. Das würde ich jetzt aus diesem Video erstmal rauslassen. Die Profis unter euch wissen das, ist aber jetzt für das Video erstmal irrelevant. Dann gibt es Heilige Items, die haben so einen, na, zeige ich das, so einen gelben Schimmer und die haben eine Gegenstandsmacht bis 700 und können ab der Stufe 45 eingesetzt werden. Ja, ich meine es ist 45, nagel ich mich da nicht fest. Ich meine es ist 45, Profis, schreibt es mir in die Kommentare, wenn es nicht 45 ist. Und werden ab Stufe, Weltstufe 3 freigeschaltet. Das heißt, sobald ihr in Weltstufe 3 seid, habt ihr die Möglichkeit Heilige Items zu finden, die mit dem gelben Schimmer und auf Weltstufe 4, die mit dem blauen Schimmer. So, jetzt ist es so gedacht vor allem im Spiel, dass ihr auf Weltstufe 3 nicht nur 1-2 Stunden verbringt, sondern mit längerer Zeit und da euer Gier auf diese Heiligen Sachen upgradet. Und sobald ihr dann auf Weltstufe 4 kommt und Level 60 seid oder höher, auf die vermachten Items. So weit, so gut. Jetzt gibt es zwei Dinge, die wir beachten müssen. Und zwar ist es einmal der Händler und vor allen Dingen der Ramsschladen, der Krimskramschladen, heißt der wirklich so? Der mit dem Obolussen. Weil man kann ja auch Heilige und auch Vermachte Items bei dem, äh Kuriositäten, so heißt der, genau, Kuriositätenhändler bekommen. Und hier steht zwar benötigte Stufe 42, aber ihr könnt hier Heilige und auch Vermachte Items rausbekommen. Braucht aber dafür Level 53 für Heilig und Level 73 für Vermachte. Es gibt zu einer ganz, ganz, ganz geringen Wahrscheinlichkeit auch die Möglichkeit, schon vorher vermachte Items und Heilige Items daraus zu bekommen. Das wird der ein oder andere schon mal bekommen haben. Aber die, die Quote, der prozentuale Anteil, wie ihr vermachte Items bekommt, springt auf einem ganz hohen Level an, sobald ihr Level 53 beziehungsweise 73 seid. Ich bin jetzt Level 76, ich habe auch ein paar Oboluse gesammelt, damit wir das gleich ausprobieren können. Ich möchte aber noch eine Sache sagen. Und zwar eine Sache, die ihr jeden Tag checken solltet, weil das ist free. Ja, das ist im Prinzip free. Das sind nämlich die Händler. Die sind, ich hatte bis, ehrlich gesagt, bis heute zu diesem Video gedacht, die Händler sind komplett useless und eigentlich brauche ich die nie abchecken. Aber hier können auch ab Level 73 vermehrt vermachte Items angezeigt werden, mit hoher Gegenstandsmacht und mit sehr guten Afixen teilweise auch. Jetzt sehen wir hier den Händler gerade. Der hat vier vermachte Items. 770 Gegenstandsmacht ist so semi. 720 ist schlecht. 740 ist schlecht. Und nochmal 740. Und der ändert sich in zwei Minuten. Und ich werde so lange quasi, bis wir hier den Shop nochmal erneuern können. Das Ganze ist auch bei jedem Shop unterschiedlich. Das heißt, wenn ihr in eine andere Stadt geht, habt ihr dort einen anderen Shop. Wer es also auf die Spitze treiben möchte, kann auf jeden Fall jeden Shop hier abgrasen. Auf der ganzen Overworld. Und sobald der Shop sich wechselt, das Ganze nochmal machen. Weil dort wirklich, wirklich gute Sachen dabei sein können. Ich kann da einen aus der Community zitieren. Der hat vor der Season hier ein 820er oder 870er Item gefunden mit perfekten Afixen. Also extremst, extremst wichtig hier mal reinzuschauen. Hier haben wir nochmal eine Rüstung und ansonsten nur heilige Sachen. Und jetzt gehen wir zu dem Kuriositätenhandler. Und das ist eigentlich das, was wichtig ist, dass ihr eure Obolusse vernünftig einsetzt. Das heißt, wenn ihr heilige Items haben wollt und auch in Weltstufe 3 seid, solltet ihr auf jeden Fall mindestens Level 53 sein, bevor ihr die Obolusse einsetzt. Für Items, was ihr sonst immer machen könnt, sage ich euch gleich. Oder halt auf Weltstufe 4, sobald ihr Level 73 habt, könnt ihr das hier machen. Ich werde das hier mal machen. Ich brauche ein gutes Amulett. Deswegen werde ich hier mal ganz kurz komplett die Amulette durchgehen. Und ich sehe schon, da sind Vermachte dabei gewesen. 1, 2, 3, ein blaues, das zählt jetzt nicht. Also 3 Stück von, ne 4 Stück von, 3, 6, 9, von 12. Ich würde sagen, so eine 30% Chance kann man auf jeden Fall schon sagen, wo man vermachte Items bekommt. Und das ist wie gesagt, ab Level 73 geht es da extremst hoch. Und da kann man das bekommen. Wenn ihr jetzt noch nicht 53 bzw. 73 seid und die Obolusse voll sind, dann würde ich euch raten, rollt auf ein Item, wessen Aspekt ihr braucht. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich spiele hier gerade den Schraubklingenbild vom Rogue. Wenn ihr da übrigens mal den Bild sehen wollt, lasst mich hier unten in den Kommentaren wissen. Da werde ich euch das mal erklären bzw. vorstellen. Wenn ihr jetzt sagt, ich brauche diesen Aspekt, dann würde ich euch raten, auch ein Item zu rollen, wo der Aspekt drauf sein kann. Das heißt, die Waffe, eine einhändige oder zweihändige Waffe oder die Armklingen zum Beispiel, da kosten die Armklingen nur 40 Obolusse. Das heißt, schön die Handschuhe die ganze Zeit fahren, bis ihr dann den Aspekt bekommen habt. Das ist im Low-Level-Bereich viel wichtiger, als jetzt irgendwie 50 Gegenstands macht mehr oder weniger. Das macht im Low-Level-Bereich nicht so viel aus. Und sobald ihr dann Level 53 bzw. 73 seid, auf jeden Fall hier auf die Waffen gehen. Vor allen Dingen das Vermachte ab 73 ist wirklich extrem wichtig. Ich würde dann auch, wenn ihr schon auf über Level 60 seid, wieder zurückgehen und nur Aspekte sammeln und nicht versuchen dort vermachte Items zu bekommen, weil die Obolusse wirklich dann useless sind und verschenkt. Jetzt hoffe ich, dass der Händler sich resettet hat. Hat er? Eine Stunde ist das immer. Das heißt, ihr könnt jede Stunde hier hinkommen und der resettet sich. Und ihr seht jetzt eine neue, nochmal eine neue Waffe, die ist relativ schlecht. Und nochmal eine neue Waffe, 765. Und überlegt mal, die Abwixe sind für mich jetzt gerade richtig gut. Kern, Basis, Geschicklichkeit und kritischer Treffer mit Infusion. Also dort sind wirklich auch immer echt gute Abwixe drauf. Ich habe das jetzt hier heute über den Tag verteilt, fünf, sechs Mal in verschiedenen Städten mir angeguckt. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen, sich den Händler hier nochmal ganz genau anzugucken. Vor allen Dingen ab Level 73 für die ganzen High Level unter euch Endgame-Leute, die hier noch den ein oder anderen, das ein oder andere Item suchen. Gucken wir hier auch nochmal eben rein. Die ist immer auf 55. Vor allen Dingen bei der Rüstung ist es nicht ganz so extrem wichtig, eine extrem hohe Gegenstandsmacht zu haben. Und hier haben wir Crit-Chance drauf, Stärke drauf, Durchschlag nach Schuss, Dreiränge. Also die A-Fixe sind echt nicht schlecht. Ich hoffe, das erleichtert euch ein bisschen die Suche nach den richtigen, heiligen und vermachten Items. Wenn ihr nichts verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Follow auf dem Kanal freuen, extrem über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein! Bis zum nächsten Mal!